Ein bisschen für bei Katzen zu beachten. Die Nase positionieren, mache ich so ein leichtes Tee und dann ziehen wir die, machen wir schon mal die erste Muster, die wir da haben. Wenn es noch ein bisschen feucht ist, kann man die miteinander schön vermischen. Danke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren den Kanal, natürlich Kommentare schreiben, weil das hilft uns weiter zu wachsen.